Ja, los los an den Reifen. Also fahr mal ein bisschen vor. Ja, weiter, da muss ich mal von oben nachschauen. Ja, hier ist das nicht. Ja, hier ist es noch was. Ja, weiter, da muss ich mal von oben nachschauen. Ja, hier ist das nicht. Ja, hier ist es noch was. Ja, stopp, muss ich hier gucken. Gut. Nette Fahrer ist hier. Ja, warum? Ja, schauen wir mal genau hier an. Also die Reifen verliert die Luft, aber wir wissen aber nicht, wo. Ja, ich sage es mal, die Ventile ist das nicht. Aber schauen wir mal einfach mal hier. Hier ist auch nicht so ganz gut. Aber das ist ja auch nicht der Fehler. Hier muss man jetzt genau gucken, wo hier verliert die Luft. Oh, Leute, schauen wir mal einfach mal an. Ja, ja, schauen wir mal einfach mal an. Also, da haben wir den Fehler wieder. Ja, Leute, ganz genau. Opi fände alles. Ich habe was vergessen. Ich habe euch lieb.